So wie es beim Skispringen einen Windkorridor gibt, der definiert unter welchen Windbedingungen der Springer von der Schanze gelassen werden kann, so gibt es im gesellschaftlichen Leben einen Meinungskorridor, der festlegt, was man zu bestimmten Themen zu sagen hat und was nicht. Die Wahrheit stirbt, sie zählt nichts mehr, sei mein und frei, sonst hast du's schwer. Pro Paar, dann da, nur kein Verstand, Justiz und Start, wir in Hand in Hand. Die Meinungsorgen, das kann sehr gefährlich sein, der Meinungskorridor erschreckt uns alle ein. Die Denunzianten, sie sind mit Herrn und Tausend unter uns, unter uns. Sei still, Zensur, nah an der Diktatur, sei meinungsfrei, sonst ist's mit dir vorbei. Richtig und falsch vordefiniert, wer widerspricht, wird schikaniert. Die Freiheit stirbt, am Arterfall, Justizia, nicht mehr neutral. Justizia und Politik gehen Hand in Hand, ich frag mich oft, so oft, was wird aus diesem Land? Die Denunzianten, sie sind mit Herrn und Tausend unter uns, unter uns. Sei still, Zensur, nah an der Diktatur, sei meinungsfrei, sonst ist's mit dir vorbei. Sei still, Zensur, nah an der Diktatur, sei meinungsfrei, sonst ist's mit dir vorbei. Dass ich meinungsfrei, sonst ist's mit dir vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017